Hinter Sylvie Mays makellosem Look steckt eine Menge Arbeit. Die Moderatorin ist bekannt für ihr gutes Aussehen, perfektes Make-up und atemberaubendes Styling. Jetzt gibt sie spannende Einblicke hinter die Kulissen von Love Island VIP. In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät sie Details zu ihrer ausführlichen Vorbereitung. Demnach benötigt die charmante Niederländerin drei bis vier Stunden, um für jede Episode in Topform zu sein. Allerdings ist diese Zeit nicht nur für Styling reserviert. Es wird sich angezogen, verkabelt und nochmal die Haare gerichtet, erklärt Sylvie. Der aufwendige Prozess umfasst also mehr als nur Make-up und Outfit. Die Vorbereitung hilft ihr auch, in die richtige Stimmung zu kommen. Das bringt einen in so eine Glamorous Mood, betont sie. Durch diese Routine strahlt sie auf der Bühne Selbstbewusstsein und Charisma aus. Auch kleinere Dreharbeiten, Pausen zum Essen und das Durchgehen der Texte sind eingeplant. Der gesamte Ablauf zeigt die Hingabe, die in jede Sendung fließt. Sylvie ist es wichtig, perfekt vorbereitet zu sein. Abseits des Reality-TVs führt die Mutter eines Sohnes ein bewegtes Privatleben. Sie stand oft im Fokus der Boulevardmedien. Ob wegen ihrer Ehe mit dem Ex-Fußballprofi Raphael van der Vaart oder ihrer Trennung von Niklas Castello. Trotz aller Herausforderungen bleibt die 46-Jährige ihrem beruflichen Engagement treu. Mit ihrer stets positiven Ausstrahlung erobert die ehemalige Let's Dance-Moderatorin die Herzen der Zuschauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017